Ich bin Detective Constable Janet Scott und das ist Detective Constable Rachel Bailey. Hier steht, an seinem zweiten Arbeitstag war mein Sohn Zeuge bei der beeindruckendsten, prägnantesten und beispielhaftesten Polizeiarbeit, von der ich in den letzten Monaten gehört habe. Ihm war klar, warum er zu dieser Truppe gekommen ist. Übersenden Sie meine Glückwünsche an die Detective Constable Rachel Bailey. Du hast das gewusst, oder? Ich bin schwanger. Das glaube ich dir einfach nicht. Neunte Woche. Wie ist das möglich? Du nimmst die Pille. Halt! Kennt jemand ein paar gute Witze? Ich kenne nur schlechte.